Diesen Titel hat sich die Serie jedoch nicht zum ersten Mal gesichert. Wie jedes Jahr hat Torrentfreak.com auch FR 2017 wieder eine Liste mit den am häufigsten raubkopierten Serien Werfenlichter und Game of Thrones konnte sich wieder die Krone sichern, schon zum sechsten Mal in Folge. The Walking Dead auf Platz 2 2018 wird dieser Titel wohl an eine andere Serie gehen, da es von der US-amerikanischen Serie rund um Emilia Clarke, Kit Harington und Sophie Turner dann keine neuen Episoden mehr geben wird. Zwei Folgen der siebenten Staffel fanden bereits vor der offiziellen Ausstrahlung auf HBO ihren Weg ins Internet und wurden daraufhin tausendfach geteilt und heruntergeladen. Bei der Erhebung der Webseite, die sich bei ihrer Auswertung auf Downloads via Torens Bescher NKT, belegte Walking Dead erneut den zweiten Platz vor der auf dem vor Jahr noch viertplatzierten Superhelden-Serie The Flash. Rick und Morty neu im Ranking neu in der Liste der am häufigsten raubkopierten Serien ist unter anderem das Comeback der Action-Serie Prison Break sowie der Animation-Skult Rick und Morty. Da es keine neuen Episoden im Laufe diesen Jahres gegeben hat, hat es Westworld dieses Mal nicht auf die Liste geschafft. Game of Thrones Stars bei der Comic-Con Game of Thrones Stars bei der Comic-Con Game of Thrones Game of Thrones Game of Thrones Game of Thrones Game of Thrones